ist doch war ist kohlen und noch koks ja voll die koks damals sagte man damals sagte man auch wirklich noch ja ich kokse damals anno vor krieg da war eh alles besser die deutschen sind ab polen einmarschiert das war 39 das war glaube ich sogar das erste land wo sie eingemarschiert sind das heißt ja dann quasi auch die polen klauen sich im endeffekt alles nur wieder zurück jetzt wissen wir warum warum sie es machen weißt du okay stopp aus nach habe ich noch nachher beschweren sich da noch einiges ihr seid voll bla 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 wir sind nicht rassistisch wir haben nur ausschlag ich mache ich das dach jetzt ich habe übrigens emerald gefunden finde ich auch es läuft übrigens so wie beim letzten aufnahmesession weißt du noch ich kümmere mich ums haus und du gehst farmen ja eine einer von uns beiden muss ja das hausmütterchen sein heute bist du es heute ich sag nur letzte aufnahmesession war das genauso du halt im moment das hausmütterchen gucken wir uns das mal meine güte rösen on sei froh dass ich die leine lang genug gelassen habe dass du dich im haus frei bewegen kannst ja jetzt hat es was auch wenn diese stein und ich den schutz den muss ich noch mal überarbeiten den spinnenschutz den gemacht hast du ist zwar in ordnung ich werde dann noch mal kurz das überarbeiten wir haben übrigens keine diamanten oder leider noch gar nicht nein so weit waren wir leider noch nicht ja gut ansonsten würde glaube ich die erste pure diamanten für pickaxe drauf gehen und vz table vz table plus portaten brauchen wir ja mal nach knapp ja genau so aber leck erstmal nach knapp wir sind jetzt rein rechnerisch im 28 part wir sind sowieso ein bisschen spät an diesem projekt weil überleg mal wie lange wir gebraucht haben bis wir irgendwann mal ein haus besaßen ja gut aber dazu zu unserer verteidigung müssen wir ja wirklich sagen dass wir am anfang uns auch mal den ort noch ein bisschen anders ausgesucht haben wir hatten es erst so und dann so wir waren uns nicht einig also nicht einig jetzt nicht so wir hatten einfach keinen plan genau von daher sei es uns bitte verziehen wenn wir noch nicht ganz so weit sind obwohl es interessant wäre was wäre wenn wir sofort das haus genommen hätten aber ich glaube dafür nehme ich diese nämlich clean stones irgendwann kennt man seine musik playlist auswendig irgendwie mir ist übrigens bei der letzten aufnahme session ein klein ein eigenhändig sehr auszusehende fehler auf aufgefallen ich hatte ja hatte ja die idee hatte ja diese idee gehabt mit der minecraft musik die ja auch gut und schön war mir ist selbst nicht aufgefallen dass ich mein musikprogramm irgendwie auf dauer wiederholen gemacht habe von nur einem einzigen zueck das ist wieder zwei stunden ganze es lief eine ganze stunde wo ich die musik musik drin hatte ein und dieselbe musik ich habe ich habe ich habe ich habe das kommt dieses komplette teil davon habe aber leider auszusehen durch den fehler wirklich nur ein einzigen zueck gespielt oh je jetzt ist mir dann leider viel zu spät aufgefallen naja kann jedem mal passieren also von daher aber jetzt habe ich auch meine playlist zusammengeschmissen mit minecraft musik und der restlichen playlist das heißt es wechselt sich jetzt mal komplett mit KST-Beats, Kevin MacLeod und der Minecraft-Musik. Aber eine blöde Frage. Wie kannst du die In-Game-Minecraft-Musik auf Loopt stellen? Nein, ich hab doch die Minecraft-Musik doch schon... Ja, genau. Super. Ich hab die Minecraft-Musik doch auf dem PC drauf schon. Ich hab sie mir ja mal geholt. Und... Ich hab ja noch ein extra Musik-Hintergrundprogramm, damit die Musik im Hintergrund läuft. Dick in Minecraft-Style. Die Stufen. Warte mal, ich connecte mal kurz nochmal neu, weil ich weiß nicht, ob ich grad einen kleinen Bug habe. Oh nein! Schwerts-DiP, guck nicht hin. Du weißt das seit... Ich hab das immer gehadet. Gehittet. Gehittet, hitten, hitten. Hit me, baby, one more time. So, das sieht schon mal etwas besser aus als irgendwelche Pflastersteintreppen. Was hab ich denn da jetzt? Beach-Party. Also ich... Okay. Ich kann dir jetzt schon mal bisher berichten, äh... Dass du blöd bist? Das sowieso. Äh, immer noch keine Diamanten. Schade. für aber 28 Eisen. So. Und... Kohle, Kohle, Kohle. Oh, Mensch, Basti. Was ist das? Äh, ich seh hier grad ne Sache, die muss ich später... Oder halt jetzt. Kohle, Kohle. Top, top, top. Also ich sag so, ich seh hier grad ne Sache, die ich noch später bearbeiten will. Fall mal eben runter und sag mir ja, okay, dann mach ich's jetzt. Kohle, Kohle. Ja, ach, Mensch. Was denn? Ich muss da wohl irgendwann mal so ne... äh, so ne... Schlussstrich ziehen, damit das keiner mehr singt. Je... Jedes Mal... Fast jede Aufnahme-Session von Minecraft immer wieder und immer wieder. Was denn? Dieses Lied. Da sollten die Steine jetzt aber nicht hin. Warte mal, die Etasche, die ich da jetzt... äh, gut, ich will hier sowieso später richtig ausleuchten. Ähm... Jetzt... Gut, wir machen jetzt scheinbar kein Let's Play mehr, sondern ein Let's Pfeif, aber dann kann ich nicht mit... Nur dann kann ich nicht mitmachen. Ähm... Warum? Kannst du nicht pfeifen? Nope. Oje, wie kann man nicht pfeifen? Indem man's halt nicht kann. Beste Begründung ever... Ach, verdammt. Beste Begründung ever, ne? Ach so, ich hab übrigens Getwas 2, äh, fertig geladen. Yay! Ich hab's zur Zeit nicht mehr auf der Platze, weil ich ja bei mir am Rechner noch was machen muss, damit alles erstmal wieder irgendwie läuft. Und das hat, halte ich fest, alles in allen, ne Woche gedauert, bevor ich die 150.000 Dateien unten hatte. Okay. Ja, mein Internet ist halt nicht auf Drogen, mein Internet ist auf Schnecke. Auf Schnecke. Ich denke mal, wenn ich jetzt ein ganzes Deck davon reinpacke, die ich auch mal kurz mit, dann müsste das reichen. Weißt du, ich bin auf Layer 14. Normalerweise sollten mir die Diamanten um die Ohren fliegen. Du weißt, wie selten Diamanten existieren, also. Ich meine, ich könnte ja gerade meinen Creative gehen. Nein. Das schied mir nicht. Das stimmt. So. So haben wir das gleiche. Ich habe hier ein paar Fehlerchen, die ich kurz ausbesser. Ich habe sogar mal durch einen ehemaligen Kumpel gehört, dass du Diamanten sogar nur eine gewisse Anzahl an Diamanten pro Schunk findest. ich bin froh, wenn ich irgendwann diesen Berg ausbauen will, weil das, was ich jetzt baue, wir haben jetzt gerade mal einen Creeper an unserer Hauswand laufen. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es stimmt. Nee, halt, Moment, Fackeln kommen ja nach links. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber kann natürlich sein, dass die sowas eingebaut haben. Ich glaube, er sagte irgendwie 250 Diamanten pro Schunk, die du noch finden kannst. Obwohl ich es ehrlich gesagt nicht glaube, weil wäre ja im Endeffekt Schwachsinn. Wieso wäre das Schwachsinn? Naja, damit würden sie sich ja selbst irgendwo ein bisschen beschneiden. Oh, cool. Also, was heißt beschneiden, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das wäre meiner Meinung nach ein bisschen schwachsinnig. Typ, das wäre Mojang. Weißt du, was ich gerade interessant finde? Nö. Ich habe jetzt insgesamt schon drei Emeralds gefunden und null Diamanten. okay. Ne, wo machen wir das? Ich fange hier hinten an. Hier so genau. Da wollte ich es nicht hinplatzieren. Ich finde es irgendwie nicht so ganz lustig. Soll ich weinen oder was? Wobei, bei der Musik, die ich hier gerade höre, weiß ich das gerade nicht. Ne, aber vielleicht sollte man mal irgendwie was an der Spawn-Rate von Diamanten ändern. Dann wird Entwickler Alter, vorhin es ist Entwickler, genau. Entwickler, du musst auch mal zuhören. Äh, bei Mojang. Werde Entwickler bei Mojang. Ich habe 8 Level, ey, mein Gott, damit kann man nichts machen. Achso, das soll übrigens auch bei 1,8 sein. Die Verzauberung sollen jetzt mit Laps Latsudi sein, aber die, ähm, Level sollen angeblich auf 1 bis 1 angepasst worden sein. Also du brauchst nicht mehr 30 für eine Verzauberung, sondern nur noch 3, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir werden das schon irgendwann rausfinden, wenn wir eine Dingens machen. Und, was ich auch richtig finde, wenn du jetzt zum Beispiel eine Verzauberung, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, in den VZ-Table reinpackst. Und früher war das ja so, du konntest ja nie wirklich wissen, was für eine VZ rauskommt. Jetzt siehst du, was für VZ-Ten da rauskommen können. Dafür ist, ja, es gibt aber auch eine kleine Begrenzung, dass, äh, früher konntest du ja so machen, du klickst rein, raus, rein, raus, rein, raus, um eine gute zu haben. Nö, das gibt's auch nicht mehr. Äh, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht, dass das in der vorigen Version gehen würde. Hey! Was? Hey! Bist du so? Der dritte Emerald. Emerald. Okay. Ja, ich sag ja, ich find hier gerade echt eher Emeralds als Diamanten. Ich hab grad Tab gedrückt und dachte gerade bei deinem Namen, das heißt Stevie12. Da war jetzt das, äh, Stevie YouTube, aber okay. Na gut, Stevie so gab es ja leider nicht mehr, der war irgendwie schon vergriffen, der Name. Hey, und noch ein Emerald. Ich scheiß ab. Ich weiß nicht, ob das, was sich hier mal gut aussieht. Und ganz viel Rotschein. Hey. Die Musik geht mir jetzt grad höre ich's auf Eier, ey. Also auf irgendein klassisch Scheiß hab ich jetzt gerade keinen Bock gehabt. Pass auf. Ich such mich hier dumm und dämlich nach Diamanten. Du gehst gleich in die Mine, gräbst dreimal, äh, hier irgendwo rein. Diamanten. Das wäre, das wäre komisch. So schnell kann ich auch nicht Minecraft finden. Ganz ehrlich, ich würde heulen, wenn das passiert. Ja, dann würde ich nämlich an mir selber zweifeln. Ich hab übrigens 42 Eisen jetzt mittlerweile hier aus dieser Höhle ausgeholt. So, und deswegen steige ich jetzt auch mal so langsam oder sicher auf Eisen Werkzeuge um. Äh, ich hab schon ein einziges Eisenwerkzeug bis jetzt, aber auch nur eins. Und zwar ist das die Spitzhacke. Die Spitzhacke? Ja. Wo ist eigentlich der Creeper, den ich die ganze Zeit auf dieser Map sehe? Ach, maaaan. Okay, ich hab den Creeper gefunden. Don't worry, be happy. Ähm. Es hätte nicht ausgehen können. Ich hoffe, wir haben hier einen. Ich hoffe, wir haben unten einen. Nutze ich jetzt mal kurz den Bogen. Atch, 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 atch. Gravel. 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 Warum spreche ich das eigentlich gerade so komisch aus? Weil eben, weil eben, mal eben. sooo, 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 ja, selbst unschuld. Hey, weißt du, was ich gerade wiedergefunden habe? Hm. Man mag es kaum glauben. Emerald? Eisen. Und Lapiz. Weißt du, was das, äh, die einzige Sache, die ich wirklich nur nicht weiß ist, wenn wir jetzt das Update dann auf 1.8 machen wollen, mit der Map, ähm, wie das Ganze aussieht mit den gefarmten Elementen. Also, ob die da bleiben oder, äh, gefarmte Elemente? Ob die eventuell, ja, ja, wie zum Beispiel unser Lager und so. Das bauen wir doch dann alles so, wie wir es hatten. Oh je, das heißt, wir müssen uns dann ja auch irgendwie mal Notizen machen, was in welchen Kisten wo drin war. Ja. Wie viel. Das war doch klar, oder nicht? Ich meine, Jack hatte eine Idee mit, wir sollen die Map einfach in 1.8 generieren lassen und dann, äh, via World Editor. Ich glaube noch, glaube nicht, dass für 1.8 schon der World Edit, äh, da ist. Ich glaube, der World Edit war für 1.7 oder so das letzte Mal da. Siehst du? Oder 1.6. oder so? Das war für 1.8 Ich glaube, und dann kann das 2.8 abh. das war für 1.9 oder so. Oder wie ist es. Untertitelung des ZDF, 2020